Nachladen. Kein Damage. Gut. Keine einzige getroffen. Stark. Ja, cool. Ja, ist nicht schlecht gewesen. Okay, zwölf haben wir aber auch fucking zwei Steine jetzt im Weg. Oh, eigentlich wollte ich da ganz... Ja, ne, das war Mopitz. Den legen wir vielleicht doch auf. Den Stein zu treffen. Oh, mal eine Bombe haben wir erwischt. Ich wollte eigentlich dann mit dem Goldenen hier runterschießen, damit einfach nur auf die Bomben getrickt wird. Babs? 30 Elevator. Das ist wirklich ein wenig. Wisschen. Eine 3 Redung zu finden. Nein. 3. 6. Ich hätte ja auch gerne das Event mit den Steinen, die mir alle Steine abnehmen. Das ist natürlich jetzt auch interessant mit diesem Elevator. Das Problem ist, man muss den Kampf ja auch mit 100 Ballwerken beenden, ne? Reicht nicht, wenn du irgendwann mal 100 hattest. Das war der schwächste Schuss in der Geschichte des Peglin. Ja, 62 Ballwerken. Es ist ein Anfang. Schwacher Crit, der nicht verändert werden kann. Mir reicht das jetzt mit den Dingern, die wir haben. Die vier möchte ich loshaben. 135. Damit kannst du schon so ein bisschen was anfangen, ne? Ah, Steine werden besser. 6 Live, wenn wir nachladen. Okay, machen wir erstmal Orb Entfernen und zwar den da. Das geht nur einmal. Einen zusätzlichen Refresh. Ja, komm, den kaufe ich jetzt auch noch. Den Ballektrum hattest du auch noch nie. Warum? Das ist das goldene Ding, was wir gerade benutzt haben, oder? Wenn wir hier irgendwie jetzt reinkommen, wäre das schon stark mit dem. Vielleicht hätte ich mir einen Zugang schießen sollen, ne? Aber da müsstest du dann auch wieder nach oben gespült werden, was wir nicht wurden. Kann ich ihn anvisieren? Ich weiß, also ich glaube nicht, dass wir irgendwas haben, dass wir da hinschießen können. Aber wer weiß, er ist momentan der einzige, der definitiv noch Schaden macht, außer der ganz vorne. Von daher lassen wir ihn einfach mal anvisiert. Das ist das? Ja, und du? Hey, wir haben eben einmal das Schild-Ding getroffen. Ich habe auf den Refresh gehofft. Andererseits haben wir jetzt immerhin zwei davon, aber ob die das jetzt regeln, ist die andere Frage. Ne, 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 das ist, glaube ich nicht, dass das wird. 36, schön und gut. Gut, aber... Ups. Schade. Großes Orb. Mächtiges Butterboom. Apropos mächtiges Butterboom. Wir wollen nach rechts. Wir wollen nach rechts. Blub, blub. Ja. Mehr Auswahl für Belohnungen. Äh... Schwupp. Vielleicht ist das ja das Event mit den Steinen zum Drauftreten. Der Spiegelmeister. Der Spiegelmeister. Und ich kann das Ding nicht, äh, wegpacken. Dann lass es einfach mal hier einen reinmachen. Hat es auch nicht unbedingt, äh, alle getroffen, ne? Oh. 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 Uh. Oh. Den Crits verfehlt. Den Crits verfehlt. stark ich hoffe, dass wir mit den beiden ordentlich Ballwerk wir sind nur auf 14 Läppsche 33 er switcht aber auch seine 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 Stance nicht ich weiß das auf deutsch nenn das mal seinen Modus ich dachte, wir würden da vielleicht noch irgendwas treffen Max live am Mainz erhöhen, ist nicht verkehrt hm ich bin ja immer noch auf der Suche nach Mobid soll wir das einfach machen ja komm wir stehlen Leben vom Gegner also wir sind auf Leben regenerieren jetzt aus auf nichts anderes mehr stark daneben geschossen auf 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 peinlich auf 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 can auf 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 er Errrrrrrr. Aber nur damit hier drüben auch, wenn wir da reinfallen sollten, so wie wir es jetzt gemacht haben. Wissen, was da ist an Substanz, ne? Stark durchdrungen. Schau, dass wir die Bombe nicht getroffen haben. Das wäre natürlich jetzt auch noch gut. A. Morbid. Und B. Abpraller an Wänden erhöhen auch deinen Schaden. Dann würden wir das, glaube ich, hinkriegen mit den 100 Ballwerken. Alter, das Ding hat noch... ...1800. ...19. Ach, doch, hier ... ... Die hat auch immer der Schaden gefehlt, mit dem Ballwerk gedönst, ne? Aber ich glaube, wenn du morbid hast, ändert sich da einiges. Vor allem auch mit bouncy gedönst überall. Aber ich verstehe, was du meinst. Vor allem, wenn du mir den Gegner anschaue, diese komische fressende Wand, ne? Das ist, äh, happig. Und das Ding hat auch noch über 1000 Life. Da stand doch gerade verfehlt. Warum sind wir trotzdem verwirrt? Ich hätte es gemeint, dass es, weil das Ding so ein schweres Teil ist und das vom Einschlag kommt. Aber scheinbar nicht. Morbid war auch deine Hoffnung. Ja, Morbid ist schon echt stark. Und wenn du so was hast, und drei hintereinander machen kannst, ne? Bei Gegnern, die eigentlich nicht so viel... Äh, machen. Kannst du schon so ein bisschen was aufbauen, aber... Ich habe da reingerutscht, wo ich nicht reinrutschen wollte. Das ist ja schon fast wie bei Colony City, 27 Land da. Hehehehe. Also gut, das könnte zumindest den Sieg bringen. Wir brauchen 700 Zahn, äh, wir sind gerade durch, dass wir es nicht hinkriegen, ne? Hey, noch ein Geld mitgenommen. Oh shit. Hat mal gesehen, wo ich ihn wollte, ne? Ja, das Crit ist egal gewesen. Oder der Crit, wie auch immer. Das reicht noch nicht. Also 105 Damage müssen es sein. Dann wäre das Ding endlich down. Bast. Hey, ein Kater gezogen. Okay. Ah, da gibt es viele Gedöns. Boah. Gib mir einfach das nochmal mit der zusätzlichen Kopie. Keine Ahnung, ob das geholfen hat oder nicht. Aber wir gucken mal. Und jetzt ist natürlich die Sache, hier kannst du dieses Event mit den Steinen nicht haben. Von daher müssten wir die Steine von Hand löschen. Die geben beide gut Schilde. Also das ist schon nicht schlecht. Die können auch helfen. Hoffentlich. Schade, dass wir den jetzt gerade umgebracht haben. War ein guter Anfang. Stark. Leere das gesamte Brett. Stark. 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 Es ist relativ spät dran. Das kriegen wir, glaube ich, nicht geregelt, dass wir... Ja, wobei... Vielleicht können wir die doch einsetzen. Ja. Schauen wir mal. Ja, na! Muss ich noch rausstellen. Ich glaube, das wird mit dem jetzt ein bisschen kompliziert. Ich meine, es gab gut Geld, aber der ist fast draußen. Oh, er ist draußen, ne? Nee. Noch nicht wirklich, aber... Ich kann den leider nicht ablegen. Und selbst wenn, hätte er uns, ähm, Ballwerken genommen. Also, wenn wir dann mit dem da getossen hätten. Wo ist denn hier ein Shop? Nur einen, den wir ansteuern könnten. Schwach. Ich würde ja gerne hier links hin... Und jetzt hin... Okay. Ball... Weichen mit jedem gesammelten Gedöns. Der erste wird verstärkt. Der erste wird verstärkt. Und dann gehe ich jetzt zum... Elite. Oh, no. Oh, no. Schön. Vielleicht sollte ich aber auch so ein bisschen zielen... Dass wir irgendwas treffen. Ich habe gehört, ihr liebt alle diesen Gegner. Ich habe nur diesen Schuss, der halbwegs was bringt. Ich bin entgeistert. Der Boss ist blöd wegen Ballwerken? Welcher? Definitiv heilen, bitte. Mehr Bomben? Eigentlich nicht, ne? Der Würfelboss? Ja, schauen wir mal. Wir sollten das halt vorher schon hinkriegen. Heiße und zum Schmelzen bereite Schmiede. Das war... Neuer Ball wird verbessert. Ah ja. Beim Abwerfen... Machen wir nicht. Können wir nicht. Äh... Nooo... 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 Shit. Das ist aber ganz kurz schneller laufen hier. Ach crap. Der Winkel ist behindert. Der Winkel ist falsch. Das ist hinter die Ecke. Naja... Der Winkel ist falsch. Fast schon, würde ich sagen. Der Winkel ist falsch. Und da ist der Winkel. Der Winkel ist falsch. Und da ist der Winkel ist falsch. Du brauchst echt den da. Halbwegs früh vielleicht. Einfach, weil es dir so viel Ballwerk gibt. Dann eventuell mit denen, die Damage machen und Ballwerken geben, noch ein bisschen toppen. Aber es ist halt immer die Frage, wie kriegst du das geliefert? Ja, nur zwei Bomben, oder? Nee, drei Bomben. Okay. Mit nur zwei wäre es ein bisschen schlecht gewesen. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was die andere Flasche gewesen wäre. Links wäre eigentlich stark, aber... Wie willst du das richtig anvisieren? Gut. Andererseits, ich kann doch nur einen der Steine rausnehmen dann, jetzt in dem Kackshop, ne? Gut. Und Portal? Ja, im Prinzip ist es mir jetzt egal. Dann lassen wir die Steine drin und hoffen, dass die einfach so positioniert werden, dass es egal ist. Mit dem Portal könnte ja auch interessant sein, ne? Mit sowas hier. Also es ist ja alles saugefährlich, weil wir so wenig Leif haben. Ich habe meine Video-Bearbeitung nicht abgebrochen vor dem Stream. Ups, das war gerade bling. Das war Colony City Folge 4 und 5 für YouTube und Patreon. Ich habe auch Bock auf Kuchen jetzt. Ich habe auch Bock auf Kuchen jetzt. Ich habe dann mitgebracht. Sehr gut. Okay, klar. Aber da könnte man jetzt eigentlich auch die Steine verbessern, ne? Wenn wir sie eh nicht abwerfen können, machen wir dann glaube ich, wir haben so viel Geld. Aber nur 500, ne? Der ist zu weit unten. Schade. Das hätte sonst was werden können bei den Gegnern. Die auch nur 6 damage machen, ne? Also die sind nicht unbedingt das krasseste vom krassen. Aber wir kriegen auch kein Ballwerken. Ei, 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 ei. Oder ja, ich weiß, ich sage immer Ballwerken statt Ballwerken, weil irgendwas hieß, bla, da ganz am Anfang mit Ballwerken, bla, bla, bla. Egal. Aber mit dem Item hier unten, was ihr nicht seht, mit dem Multi Ball aber nur 4 Richtungen, ertappe ich mich sehr oft, dass ich einfach irgendwo hinschieße, weil ich mit der Girl ist eh egal. Wieso nicht? Immer noch 500. 300, sorry. So. Wer ist denn? Wer denn? Was ist das? Wird ich das überhaupt wissen? Das ist aber schon cool, dass du nach oben gesaugt wirst, ne? Ist natürlich uncool, äh, für dieses Item. Vor allem jetzt macht das gar nichts. Geht der wieder zurück? Nein, der bleibt da. Toll! Was, was soll ich denn das hier machen? Hurra! Was? Was? Was. Kacke der ist doof. Ä empathy, ja, ich komm nicht nach oben! Was? Was soll ich denn was? Was ist denn so? Ja. Keine Chance. Stark. Ja, dann. Ja, dann.